Wir beschäftigen uns in diesem Video mit Verbrennungsprozessen. Das heißt also, wenn wir Feststoffe haben, das können jetzt biogene Feststoffe sein, aber auch Kohle, Öl, aber vor allem jetzt interessiert uns die Kohle als Feststoff, das Holz, der Holzhackschnitt, die Pellets. Was passiert, wenn wir diese Feststoffe nun in einen Verbrennungsprozess geben? Was sind die vier Schritte, die dabei auftreten? Der erste Schritt, das ist die Aufheizphase. Während dieser Aufheizphase haben wir einmal eine endotherme Erhitzung. Das heißt, wir müssen von außen Wärme zuführen. Und was im ersten Schritt passiert, während der Aufheizphase, dass das Wasser entweicht. Dann tun wir das mal, Entweichung von Wasser. Und zwar Wasser, das in den Zellen gebunden ist, also freies Wasser, was jetzt im Holz vorhanden sein kann, aber auch das Wasser, was noch in den Pflanzenzellen vorhanden ist. Zweiter Schritt ist dann die Trocknungsphase. Und in dieser Trocknungsphase werden jetzt die großen organischen Makromoleküle aufgebrochen, also aufbrechen organischer Makromoleküle. Das sind also langkettige Kohlenwasserstoffe, die durch den Trocknungs- und Verbrennungsprozess dann aufgebrochen werden in kleinere Bestandteile. Und was wir als zweiten Bestandteil haben, ist ein Austritt von flüchtigen Bestandteilen, die auch noch im Holz gebunden sein können. Bestandteile. Dann haben wir die dritte Phase, die Vergasungsphase. Da haben wir dann schon einen Teiloxidationsprozess und eine Teiloxidationsreaktion des verbliebenen Kokses in brennbare Gase. Und wir haben auch eine Entstehung von Produktgasen, die bei der Vergasung entstehen. Und dann haben wir den vierten Schritt, das ist dann die Oxidation. Das heißt, das ist jetzt also eine Oxidation der bestehenden Zwischenprodukte, die entstanden sind. Oxidation. Zwischenprodukte, die jetzt also oxidiert werden, das ist also eine Verbindung mit Wasser, mit Sauerstoff eingehen. Und wir müssen natürlich eine Zuführung von ausreichend Luft sicherstellen. Zuführung von ausreichend Frischluft. Oder Luft zur vollständigen Oxidation. Das heißt, wir wollen natürlich einen sauberen und vollständigen Verbrennungsprozess haben. Auf Oxidation. Das ist also dann der vierte Schritt. Diese ersten drei, das ist eine, das ist Endotherm. Währenddessen der letzte Schritt Exotherm ist. Das heißt, dort wird dann Wärme wieder abgegeben. Währenddessen wir bei den ersten drei Phasen Energie noch zuführen müssen. So lässt sich jetzt der Verbrennungsprozess grundsätzlich unter Teilen unterscheiden. Wie sieht jetzt ein typischer Prozess aus? Es gibt natürlich jetzt verschiedene Verfahren, wie man jetzt eine Verfeuerung von biogenen Festbrennstoffen durchführen kann. Wir machen uns mal eine grobe Skizze, wie sowas aussieht. Das ist, wie gesagt, schon etwas schematisch. Aber grundsätzlich sieht das, selbst im Kohlekraftwerk, recht ähnlich aus. Also wenn wir jetzt die Brennkammer haben, dann über eine Schnecke eine Zuführung des Brennstoffs. Brennstoffzuführung. Das gilt sowohl für die Kohle als auch für unsere Holzbrennstoffe. Brennstoffe haben dann den Rost. Das heißt, dann haben wir hier quasi solche Elemente etwas schräg angeordnet, wo dann halt unser, ich doerte es mal mit diesen Punkten an, jetzt unser Festbrennstoff, unsere Holzhackschnitzel, Holzpellets, wie auch immer dann aufgeführt werden. Das muss jetzt hier ein bisschen deutlicher sein, dass uns hier die natürlich nicht ins Leere fallen. So, dass wir dann hier hinten, haben wir dann schon mal einen Ascheaustrag. Ascheaustragung. Das heißt, hier vorne sammelt sich dann, muss man in Rot, vielleicht hier sammelt sich dann die Asche, die dann hier durch diese fortgeführte Zuführung unseres Brennstoffs dann irgendwann hier in die Ascheaustragung ausgeführt wird. Dieser Teil hier, das ist jetzt der Rost. Und was wir noch haben, ist, wir haben dann hier von unten eine Zuführung von Frischluft. Das haben wir jetzt ja gerade schon gesehen. Das heißt, wir haben natürlich jetzt hier eine Möglichkeit, Frischluft zuzuführen. Das ist also die Primärluftzufuhr. Primärluftzufuhr. Wir haben oberhalb unserer Holzhackschnitzel, die jetzt hier auf dem Rost in den Verbrennungsprozess gegeben werden, noch eine Sekundärluftzufuhr. Hier ist also die Sekundärluftzufuhr. Das ist auch da über Ventilatoren oder entsprechende Generatoren, dass wir dann dort die Frischluft zuführen, damit wir dann hier, sollten wir es mal in Orange an, eine entsprechende Verbrennung, eine hohe Temperatur haben. Und haben dann im oberen Teil davon abgetrennt, andere Farbe, in Blau machen wir das mal hier oben, dann den Übergang in die Brennkammer. Das heißt also durch die heiße Luft, die wird also dann in die Brennkammer gegeben und wir haben dann hier oben einen Wärmeübertrager, dass wir hier heißes Wasser haben. Das heißt, dann sind wir da bei den Dampfkreisläufen und dem Dampfkraftwerk, dass also jetzt hier diese hohen, diese Temperatur, die hocherhitzte Luft hier entlang geführt wird. Über Wärmetauscher ist dort zu einem Wärmeübertrag auf das unter Druck stehende Wasser kommt, damit wir halt entsprechend, das heißt, das wird jetzt hier so rumgeführt, quasi die heiße Luft. Wir kommen dann hier vorne, haben wir dann den Abzug und Schornstein haben hier tatsächlich auch nochmal einen zweiten Bereich mit einer Ascheaustragung. Denn auch hier kann es nochmal in der Abluft, die hier entlang strömt, kann es, also es sind immer noch Aschereste, die müssen wir dann hier auch nochmal einmal abtragen über solche Zyklone. Das heißt, dass man dort auch schon eine Abgasreinigung vollführt, bevor es dann hier hoch in die Abgasbehandlung kommt. Also das ist jetzt eine sogenannte Vorschub-Rostfeuerung nach dem Gegenstrom-Prinzip, so wird das dann benannt, also Vorschub-Rostfeuerung nach dem Gegenstrom-Prinzip. Das heißt also, wir haben dort eine entsprechende Umsetzung, dass wir hier das Holz, die Festbrennstoffe eingeben, die Luft erhitzen durch den Verbrennungsprozess, wie wir gerade beschrieben haben, einen Wärmeübertrager haben, um dann über das heiße Wasser das zu verdampfen. Und dann, wie gesagt, sind wir bei dem Dampfkreislauf, den wir bereits in den vorherigen Videos uns schon einmal angesehen haben. Jetzt, was ist das Entscheidende oder die entscheidenden Elemente bei der Verfeuerung von festen Bio-Brennstoffen? Das ist hauptsächlich Kohlenstoff, der Wasserstoff und der Sauerstoff, also die sogenannten Kohlenwasserstoffe. Wir haben noch ein paar Nebenelemente, die in den Bio-Brennstoffen vorhanden sind, Stickstoff, Natrium, Calcium, das sind halt Hauptnährstoffe der Pflanzen, die ebenfalls hier drin gebunden sind, die aber natürlich keinen Beitrag leisten. Also ein wichtiger Punkt ist der Schwefel, der jetzt in Kohle vorhanden ist, weil durch den Verbrennungsprozess sich Schwefeloxid bilden kann, der dann entsprechend behandelt werden muss. Und dann haben wir noch Spurenelemente, Eisen, Zink, Kupfer, das sind Mikronährstoffe, die teilweise auch pflanzenschädlich sein können. Und das sind die Elemente, die vorkommend entscheidend sind, ist natürlich der Kohlenstoff. Die können wir uns mal notieren. Also der Kohlenstoff, der natürlich der entscheidende Treiber ist. Dann haben wir den Wasserstoff. Und den Sauerstoff natürlich. Und das grundsätzliche Ziel ist natürlich, dass wir jetzt einen möglichst hohen Kohlenstoffanteil bekommen, der einen Beitrag leistet. Die übrigen Stoffe tragen auch jetzt für den Energieinhalt bei, aber entscheidend ist vor allen Dingen der Kohlenstoff. Der Sauerstoff wirkt natürlich an der Stelle etwas, also reduziert den Brennwert. Dazu kommen auch nicht weitere Stoffe, die dann in den Brennstoffen vorhanden sein können. Insbesondere das Wasser ist natürlich ein Problem. Man kann tatsächlich mit einer empirischen Gleichung relativ gut den, oder mit einer hinreichenden Genauigkeit, den Heizwert abschätzen. Über Heizwert und Brennwert haben wir uns ja schon mal in einem vorherigen Video unterhalten. Hier wird es jetzt an dieser Stelle nochmal einmal diese empirische Gleichung bringen und dann eine kleine Rechenaufgabe dazu nochmal machen. Mal, dass das Ganze so ein bisschen plakativ darstellt. Das ist jetzt keine Gleichung, die man auswendig lernt. Aber der untere Heizwert, oder nämlich durch Heizwert, den wir haben. HU setzt sich jetzt aus folgender empirischen Gleichung zusammen. Wir sind also bei 34,8 Megajoule pro Kilogramm multipliziert. Und dann haben wir den stofflichen Anteil in der Trockenmasse. Das ist ganz wichtig, also Kc für den Kohlenstoff. Und dann kommen noch ein paar weitere empirische Faktoren dazu. Jeweils in der Einheit Megajoule pro Kilogramm. Also 93,8 Megajoule pro Kilogramm mal den Stoffanteil des Wasserstoffs. Wir haben 10,5 Megajoule pro Kilogramm. Das ist dann der stoffliche Anteil Ks für Schwefel. Wir haben dann noch einen kleinen Faktor. 6,3 Megajoule pro Kilogramm. Und dann der Anteil von Stickstoff, abgekürzt mit N. Und dann davon ziehen wir ab den Sauerstoffanteil. Das sind minus 10,8 Megajoule pro Kilogramm mal der stoffliche Anteil von Sauerstoff. Also Fehler dieser empirischen Gleichung, die wir jetzt hier aufgeführt haben, ungefähr 4,5%. Also man ist relativ gut, wenn man diese stofflichen Anteile experimentell zum Beispiel herausbekommt. Das ist wie gesagt wichtig. Also dieses KI, das ist der stoffliche Anteil der Trockenmasse. Das heißt, wir haben keine Frischmasse. Wir sind das Wasser schon losgeworden. Das muss man jetzt berücksichtigen. Wenn man das jetzt mal betrachtet, machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel. Wenn wir uns also Steinkohle mal vergleichen mit Buchenholz. Dann brauchen wir jetzt diese Anteile, also dieses Kc, Kh, Ks, Kn und Kho. Und wenn wir das jetzt mal betrachten, also Kohlenstoff, wir haben den Wasserstoff, wir haben den Sauerstoff, wir haben den Stickstoff und den Schwefel. Also in Steinkohle, die ist natürlich sehr energiereich. Da sind wir so bei zwischen 72 und 73% Kohlenstoffanteile. Kommt so ein bisschen noch an, was es für eine Kohleart ist. Wir haben 5,6% Wasserstoff. Wir sind beim Sauerstoff bei 11,1%. Das heißt, das ist negativ. Das ist nicht gut. Der Sauerstoff muss raus aus unserem Festbrennstoff. Wir sind bei 1,3% Stickstoff und 0,9% Schwefel. Das ergibt einen Heizwert ungefähr von 8,2, jetzt Achtung, die Einheit. Ich habe es direkt umgerechnet, Kilowattstunde pro Kilogramm. Also das heißt, das kann man jetzt mal nachrechnen. Aus den Megajou dann Kilowattstunde machen pro Kilogramm. Das sollte eine recht einfache Übung sein, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Bei der Buche haben wir einen geringeren Anteil an Kohlenstoff. Klar, die hat natürlich noch nicht diesen Verkohlungsprozess hinter sich. Wir sind bei 6,4% Wasserstoff. Wir haben viel mehr Sauerstoff, der dazu führt, dass der Brennwert geringer ist. Wir haben ein bisschen Stickstoff und Schwefel ist in der Frischholz quasi gar nicht drin. Auch das kann man jetzt ausrechnen. Was kommt da ungefähr raus? Dann können wir kurz das Video mal pausieren, das mal rechnen. Man stellt dann fest, dass wir einen Heizwert bekommen. Wieder in der Einheit Kilowattstunde pro Kilogramm von ungefähr 5,0. Das ist so der typische Wert von trockenem Holz. 5 Kilowattstunden pro Kilogramm Holz. Das ist der Brennwert bei der Steinkohle. Wie gesagt, bei 8,2 geht vielleicht auch noch ein bisschen höher. Aber das ist so das, was man typischerweise hat. Und so kann man dann mithilfe dieser empirischen Gleichung ganz gut berechnen, wie sich jetzt der Heizwert, wie der sich jetzt verhält. Zum Abschluss noch die Betrachtung, die wir jetzt gerade eben hier hatten. Nämlich die Aschebehandlung. Also was passiert jetzt mit der Asche? Was müssen wir da tun bei dem Verbrennungsprozess dieser Festbrennstoffe? Also wir haben zentral den Verbrennungsprozess. Und den Teil, der teilt sich jetzt auf einmal in einen Teil Asche und Schlacke. Die wir also nachbehandeln müssen. Und auf der anderen Seite entsteht Flugasche. Auch die müssen wir behandeln. Also das, was quasi dann in dem Heißgas ist. Das heißt, wir haben hier dann entsprechend Feinstaub, den wir behandeln müssen. Den können wir jetzt einfach nicht einfach so in die Umgebung abgeben. Und wir brauchen dann entsprechende Entstaubungseinrichtungen. Diese Entstaubung ist wichtig. Man kennt das vielleicht so ein bisschen von Kaminen, die man zu Hause hat. Denn tatsächlich ist so ein Verbrennungsprozess, was jetzt diese Feinstaubbelastung angeht, in geschlossenen Räumen gar nicht so unkritisch. Da muss man wirklich darauf achten, dass das ein sauberer Verbrennungsprozess ist. Und dass der Kabin zu Hause im Wohnzimmer, in der guten Stube, entsprechend entsprechende Entstaubungseinrichtungen hat. Was wir dann bei der Asche und bei der Schlacke haben, auch die müssen wir unterschiedlich behandeln. Was wir da haben, ist einmal die Ascheentsorgung. Das heißt, im Zweifelsfall ist das Sondermüll oder Sonderabfall, den wir also dann entsprechend behandeln müssen. Und das Zweite ist, dass natürlich dann Asche entweicht. Also Entweichung von Asche. Und was passiert da? Wir haben dort ein, oder was man beobachtet, ist ein Anbacken im Feuerraum. Das heißt, Feuerraum. Das kann dann zu Betriebsstörungen führen. Das heißt, da werden wir nochmal hier hoch zu unserem Bild gehen. Das heißt, hier unten in dem Feuerraum oder in diesem Bereich hier. Das nennt sich dann der Feuerraum. Dort kann es dann zu Anbackprozessen kommen. Und das führt einfach dazu, dass dann der Prozess entsprechend gestört werden kann. Dass es dort zu Betriebsstörungen kommen kann. Da muss man sich entsprechend drum kümmern. Das ist ein Anbacken im Feuerraum.